Herzlich Willkommen zu einer besonderen Anwendung mit Laminine für Innen und Außen. Wäre es nicht großartig, jemandem innerhalb von 20 bis 30 Minuten ein Produkterlebnis zu vermitteln? Was, wenn es dir gelingt, einem deiner Interessenten schon nach wenigen Minuten mit einer eigenen Erfahrung demonstrieren zu können, was Laminine für sie oder ihn bedeuten kann? In diesem Video erfährst du, wie aus der Kombination von zwei unserer hochwirksamen Lifeharm-Produkte eine reinigende, porenverfeinernde und hautklättende Maske aus natürlichen Wirkstoffen entsteht. Damit kann nicht nur die danach angewendete Hauptpflege um ein Vielfaches intensiver sein, sondern jeder kann somit ein erstes Produkterlebnis erhalten. Um diese Gesichtsmaske zu bekommen, brauchst du eine Kapsel Omnia sowie etwas Laminiderem Apex. Die Mischung gibst du auf ein kleines Schälchen oder eine Untertasse, was gerade zur Hand ist. Hierzu verwendest du einen handlichen, beliebigen Gegenstand zum Verrühren der Mixtur. Und so beginnst du. Sobald alle Utensilien vorliegen, öffnest du eine Kapsel Omnia, indem du sie entlang der Mittelnaht der Kapselhülle auseinanderdrehst und den pulvrigen Inhalt in ein kleines Schälchen entleerst. Sollte sich die Kapselhülle nur schwer öffnen lassen, dann drücke sie vorher in der Mitte etwas zusammen, indem du sie entlang der Naht zwischen der Daumenkuppe und der Zeigefingerkuppe rollst. Drücke sie dabei zusammen und rolle die Kapsel so lange, bis sich die Naht löst und du die Kapsel durch Ziehen an der Naht öffnen kannst. Das kann einen Moment lang dauern. Übe dich in Geduld. Zur Not kannst du die Kapsel auch vorsichtig aufschneiden. Dann füge etwa 10 Hübe bzw. Pumpstöße Lamedam Apex Serum dem grünen Omnia-Pulver hinzu und mische beides, bis eine sämig-streichfähige Konsistenz entsteht. Als dritten Schritt streichst du die frische, nach kräftigem Spirulina riechende Maske mit deinen Händen oder einem Maskenpinsel großzügig auf dein Gesicht. Natürlich kannst du auch andere Hautbereiche, wie zum Beispiel deinen Hals, dein Dekolleté oder deinen Handrücken mit der Maske bestreichen. Verwende hierfür einen Spatel oder ein ähnliches Hilfswerkzeug, wenn du keinen Maskenpinsel zur Hand hast. Als vierten Schritt lässt du die Maske je nach Bedarf ca. 15 bis 20 Minuten einwirken. Nach dieser Zeit entfernst du die Maske mit warmem Wasser, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind. Das geht entweder durch Abwaschen direkt am Waschbecken oder du nimmst einen Waschlappen und eine mit warmem Wasser befüllte Schale. Als letzten Schritt kannst du dein Hautbild unter Verwendung von Gesichtsreinigungspads und einem handelsüblichen Tonic, wichtig ohne Alkohol, aufklaren. Anschließend gibst du zwei bis drei Hübe bzw. Pumpstöße des Lamidam Apex Serums auf die Haut, um sie mit den reichhaltigen Wirkstoffen zu nähren, die jetzt, nach Anwendung der Maske, von der Haut optimal aufgenommen werden können. Und das kannst du selber erleben. Wie fühlt sich deine Haut jetzt an? Stell dir jedem diese Frage. Jeder soll die Möglichkeit erhalten, das neue Hautgefühl selbst einmal zu erleben. Nachdem sich jeder davon überzeugt hat, darf gefragt werden, Und wenn du jetzt dieses sanfte, weiche und geschmeidige Gefühl auch im Körper verspüren willst, was müsstest du tun? Genau, Laminine als Kapsel täglich nehmen und so Vitalität und Power neu erleben.